Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang wird Ihnen präsentiert von M-Plakat. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute beim Lok Arrival. Das hört sich zwar irgendwie so nach Bahnsteig an, Lokomotive, Arrival, also so Abfahrt, Ankunft, aber es ist ganz anders. Die junge Dame hier neben mir, rechts neben mir, Mira Walter, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, ist eine Dame, die als Berufsinhalt eigentlich hatte, unbegleitete junge Flüchtlinge zu versorgen. Oder wir müssen uns richtig vorstellen, was haben Sie gemacht hier? Genau, also wir haben die Lok Arrival gegründet, hier auf dem Gelände von der Bayern-Kaserne, 2014. Und ursprünglich war die Idee, dass die unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten, die hier in der Erstaufnahme untergebracht waren, einen Ort haben, wo sie ihre Freizeit gestalten können. Also grundsätzlich ist unser Team sehr sensibilisiert auf Themen wie Traumata, Fluchtsituationen, Fluchthintergründe. Viele Schulungen mussten dafür stattfinden. Aber auf der anderen Seite sind die Geflüchteten, Kinder und Jugendliche, Kinder und Jugendliche, wie alle anderen auch, die haben Spaß an Fußball, die haben Spaß an Spielen, an Kreativsein, an sich ausleben, an sich ausprobieren. Und dementsprechend ist die Arbeit einfach ein Stückchen niedrigschwelliger, wegen bestimmten, zum Beispiel Sprachbarrieren oder anderen Hürden, aber eine ganz normale Kinder- und Jugendarbeit an sich. Die kamen ja auch aus völlig verschiedenen Kulturkreisen. Die eine aus Afghanistan, Osten, die andere aus Afrika, da liegen ja teilweise Welten dazwischen. Aber das hat keine Probleme da gemacht, oder was? Also für uns im Jugendtreff hat das sehr selten Probleme gemacht. Vielleicht mal in einer hitzigen Situation, wo Fußball gespielt wurde und die einen gegen die anderen. Also unser Jugendtreff, die Lock Arrival, das ist eine alte Fahrzeughalle. Die Hälfte des Raumes besteht aus einem Fußballfeld und die andere Hälfte des Raumes besteht aus einer Sitzecke, einer Kreativecke, was für kleinere Kinder zum Spielen, Tischtennisplatten, Kicker, es gibt einen Billardraum. Und wir hatten einen riesigen Hof zur Verfügung. Das war die alte Inst ganz da hinten rum, so an der Heidemannstraße, Ecke, Einfahrt, Rollen des Siebhörks. Diese alten Fahrzeughallen, die haben so riesige Türen und man konnte da echt viel machen. Ja, liebe Türen, zack, zack, zack. Vor allem, du kannst nichts kaputt machen, das ist der Vorteil. Ja, du kannst nichts kaputt machen und du hast einen extrem hohen Gestaltungsspielraum. Also wir haben da regelmäßig die Wände bemalt, neue Graffitis an die Wände gesprüht. Wir haben unsere Möbel für die Garten, haben wir selber gebaut. Und das hat allen ziemlich viel Spaß gemacht, das mitzugestalten. Kann man mir vorstellen. Und heute nun, Damen und Herren, ist der letzte Tag. Sind Sie traurig? Ja. Das ist eine schwierige Frage. Das ist eine sehr schwierige Frage, tatsächlich. Ich habe mir da auch selber Gedanken drüber gemacht. Und es ist auch in unserem Team so ein bisschen eine Frage, wie geht es uns damit? Auf der einen Seite, ich bin jetzt seit 2016 hier im Team. Und es hieß schon damals, als ich eingestellt wurde, die Lock Arrival wird am Ende des Jahres schließen. Die Finanzierung hört auf. Dann haben wir es geschafft, dass sie bis 2017 noch weiter finanziert wurde. Dann ab 2017 noch weiter mit einer Stelleneinschränkung. Und es war eigentlich jährlich oder alle zwei Jahre stand uns die Schließung bevor. Und wir haben immer darum gekämpft, dass es weitergeht, solange hier noch Kinder und Jugendliche wohnen. Und es war natürlich eine ziemlich belastende Situation, weil das ganze Team halt immer sehr bis zum Ende des Jahres gebangt hat, ob es ab Januar noch einen Job gibt. Auf der anderen Seite haben wir halt auch den Wert unserer Arbeit gesehen. Solange hier Kinder und Jugendliche wohnen und leben, die unsere Unterstützung brauchen können, wollten wir diese Unterstützung auch bieten. Jetzt bin ich persönlich als Mitarbeiterin, als Arbeitnehmerin bin ich zum Teil tatsächlich erleichtert, dass es jetzt einen klaren Schlussstrich gibt. Es gibt Sicherheit, es gibt eine Orientierung, das vorbei ist. Auf der anderen Seite, als Fachkraft, die jetzt seit acht Jahren mit der Zielgruppe Wohnungslose und Geflüchtete, Kinder und Jugendliche gearbeitet hat, finde ich tatsächlich ein bisschen tragisch, dass dieses Angebot, das so maßgeschneidert ist für diese Zielgruppe, einfach wegfällt. Jetzt nur eine allerletzte Frage, bevor ich mich Ihren Kolleginnen zuwende. Es ist ja so, dass diese Jugendlichen oft aus Kulturkreisen kommen, wo die Frauen eigentlich nur dazu da sind, um den Dreck wegzuremmen und zu kochen. Hat man da irgendwie dann auch mal Probleme gehabt, sowas mit, ja Kompetenz jetzt weniger, aber mit Hierarchie oder sowas? Haben die ihnen gefolgt? Die Burschen? Die Burschen? Die Burschen aus dem fernen Osten und aus Afrika. Ja, ich glaube tatsächlich, es gibt natürlich Kulturkreise, da ist die Frau nicht hoch angesehen. Aber das sind Menschen, die kommen hier nach Deutschland und die möchten hier Fuß fassen. Die möchten sich gerne hier in die Gesellschaft integrieren, die möchten Arbeitsplatz finden und die möchten natürlich auch daran arbeiten, dass sie hier gut ankommen und dass sie hier ein gutes Leben führen können. Da gehört vielleicht auch ein Umdenken dazu. Das ist aber den meisten durchaus bewusst. Also anpassen konnten Sie sich? Ja, außerdem, wie gesagt, wir machen hier eine offene Arbeit. Und unser Team SozialpädagogInnen bestehen zum größten Teil aus weiblichen Mitarbeiterinnen. Und wem das nicht gut gepasst hat oder wer da irgendwie eine Kompetenz nicht anerkannt hat, der ist dann halt auch natürlich nicht mehr gekommen. Und was anderes hat es nicht gegeben, oder? Das ist doch unterm Strich, hat er keine andere Chance gehabt, oder? Also wir machen es auch immer noch viel. Gibt es Alternativen zu dem, was Sie hier gemacht haben? Also nicht auf dem Gelände der Bayern-Kaserne. Stadtweit auf jeden Fall. Es gibt total tolle Projekte, die sich mit verschiedenen Bereichen beschäftigen. Kreative Arbeit, Fotoworkshops, Sport, alles Mögliche. Aber auf dem Gelände der Bayern-Kaserne, diesen Jugendtreff, den wir hatten, der war tatsächlich europaweit auch einzigartig. Jetzt lassen wir ein Schlusswort stehen. Der Jugendtreff auf dem Gelände der Bayern-Kaserne, Lock Arrival, war einzigartig. Hoffen wir, dass hier wieder sowas zusammengeht, weil solche Einzigartigkeit, das passt gut in den Münchner Norden. Wir schauen jetzt ein bisschen weiter, bleiben Sie uns gewogen, erfahren Sie noch mehr über Lock Arrival. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Die Anzahl und Professionalität von Cyberangriffen nehmen immer weiter zu. Selbst die besten technischen Sicherheitskonzepte bieten keine absolute Sicherheit. Wer die Chancen der Digitalisierung für sich nutzen möchte, der muss auch die damit einhergehenden Risiken managen. Schützen Sie Ihr Unternehmen durch professionelle Cyber Security Management. Informieren Sie sich jetzt unter www.cyberriskagency.de Hey Leute, ihr wisst ja, ich schaue Fernsehen immer mit Weipu TV. Und ihr solltet das unbedingt auch mal probieren. Darum schenkt euch Weipu TV jetzt ein ganzes Jahr Fernsehen. 250 Sender mit HD und allem drum und dran. Hol dir jetzt den Weipu TV 4K-Stick mit einem Jahr Fernsehen geschenkt. Und für kurze Zeit sogar mit einem Jahr Paramount+. Jetzt auf Weipu TV. Ein Jahr Fernsehen geschenkt. Boah, echt jetzt? Mega. Es ist soweit. Alpachtal. Juhu! Das ist Tirol. Weihnachten. Zeit für große Glücksgefühle. Neben Plätzchen backen und Geschenke besorgen, darf ein kleiner Vorgeschmack aufs Fest nicht fehlen, oder? Dafür gibt's jetzt die Los-Adventskalender von Lotto Bayern. Mit verschiedenen Motiven. Für Lose zum Aufreißen oder Lose zum Rubbeln. Da ist für jeden was dabei. Welches Motiv? Welche Lose? Du hast die Wahl. Momente voller Glück. Lose und Kalender gibt's nur in deiner Lotto-Annahmestelle. Lotto Bayern. Nimm dein Glück in die Hand. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie wieder im Lock Arrival, Jugendeinrichtung, auf dem Gelände der ehemaligen Bayernkasseine. Und hier ist heute Abschiedsfeier. Und Sie sehen, diese Abschiedsfeier wird würdig begangen werden, mit Girlanden, Festschmuck. Und was dann an der Wand hängt, ist hochinteressant. Das ist dieser Weg, den diese Einrichtung genommen hat. 2016, was verdecken Sie so als 20? 2015. 2015. Da waren ja Sie noch gar nicht auf der Welt, oder? Ja, so. Und dann sind Sie schon dabei? Seit drei Monaten. Also Praktikantin. Genau, ja. Wie fühlt man sich da, wenn so die Praktikantenstelle dann plötzlich sich nichts auflöst? Ist doch eigentlich eigentlich nicht schön, oder? Es war eigentlich seit Anfang vom Praktikum schon bekannt. Aber klar, ich finde es auf der einen Seite voll interessant, so einen Umbruch mitzubekommen. Das hat man auch nicht oft die Möglichkeit. Aber ich finde es natürlich schade auch. Wie war eigentlich die Arbeit hier? Wie resümieren Sie die letzten drei Monate? Also mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe die Kinder und Jugendlichen sehr ins Herz geschlossen. Deswegen ist es schade. Aber ich bin auch gespannt auf die zweite Praktikumsstelle dann, die ich noch habe. Und wie lange sind Sie da? Seit Oktober 2022. Und Sie sind Sozialpädagogin, oder? Richtig, ja. Und wie ist das Sozialpädagogin? Bei Lock Arrival? Ist das was Besonderes, oder war das... Doch, ist sehr was Besonderes. Also ich habe dual studiert und war währenddessen im Kindergarten. Und eben diese dreieinhalb Jahre waren das. Und ja, im Kindergarten hast du halt immer diese gewisse Routine. So, da wiederholt sich alles eigentlich jeden Tag mit dem Morgenskreis. Dass man immer die kleinen Kinder holst, verstehst du? Ja, auch selbst das. Auch nach drei Jahren hast du ja komplett neue Kinder. Aber es wiederholt sich trotzdem wieder alles. Es geht die Eingewöhnung los und so weiter. Und ja, ich wollte irgendwann was anderes haben. Das habe ich halt hier total gefunden. Weil hier kann man wirklich jeden Tag anders gestalten. Und es ist ja auch jeden Tag was anderes los. Also es kann... Der eine Tag ist dann voll mit Kreativangebot. Am nächsten Tag haben die Kinder darauf keine Lust mehr. Dann spielst du irgendwie Fußball den ganzen Tag. Und es ist halt wirklich einfach jeden Tag komplett abwechslungsreich. Und was haben Sie im Fußball gespielt? Mittlere Spitze oder Torwagen? Ich habe tatsächlich selber fünf Jahre Fußball gespielt. Echt? Mhm. Und ich bin meistens ins Tor gegangen, leider. Das ist natürlich nicht so ein beliebter Platz. Aber ja, ist in Ordnung. Wie war eigentlich so, das Verhältnis von Burschen zu Mädchen? Habt ihr immer gleich viel gehabt? Oder wo war das Schwergewicht? Ich würde sagen, es sind schon ein bisschen mehr Jungs da. Aber auch von Tag zu Tag unterschiedlich. Total. Jetzt nähere ich mich mal Ihnen an. Ich darf es nicht davon. Sie müssen keine Angst haben. Wie lange sind Sie hier dabei? Ich bin auch seit drei Monaten erst. Praktikantin? Genau, richtig. Was wollen Sie später mal werden? Sozialarbeiterin. Ja? Ja, ich mache gerade Studium, soziale Arbeit und wir müssen immer ein Praxissemester machen und ich habe mir hier die Locker Rival ausgesucht. Genau. Weil ich generell die Arbeit mit geflüchteten Menschen sehr interessant finde. Und da dachte ich, so eine Freizeittagestätte ist sehr cool, da kann man auch eigene Angebote machen. Zum Beispiel am Buß- und B-Tag waren wir, also ich und die andere Praktikantin, wir haben zusammen Ausflug gemacht zum Schlittschiff fahren am Olympiapark. Und das hat sehr gut geklappt. Du bist jetzt in die Halle gegangen oder was? Ja, genau, in die Halle. Und dann haben wir so mit zehn Kindern wollen wir dann Schlittschiff fahren. Das war sehr witzig, ein bisschen chaotisch, aber hat durchaus gut funktioniert. Und denen hat das sehr viel Spaß bereitet und dann merkt man auch immer, wie wichtig die Arbeit ist. Ist es eigentlich jetzt für Sie in Ihrem Berufsbild, dass Sie für sich von einem Sozialarbeiter, einem Sozialpädagogen, ist das etwas, was man heute eigentlich können sollte, dass man sich also auch mit Ausländern beschäftigt? Weil früher, vor langer, langer Zeit hat es ja bei uns fast keine Ausländer gegeben. Da waren halt so die Problemfälle, nicht Leute, die von draußen gekommen sind, die im Inneren da praktisch erwachsen sind. Wie sehen Sie es? Ja, also auch Migration und Flucht ist auch ein Teil des Studiums. Zum Beispiel wir hatten Migrationsrecht und es gibt ja sehr viele Bereiche, wo man mit geflüchteten Personen arbeitet, vor allem mit der sozialen Arbeit. Ich war auch einmal im Frauenobdach und da waren auch sehr viele geflüchtete Frauen vor Ort. Und deshalb muss man auch wissen, wie das alles funktioniert. Genau, und ja, ich finde es sehr interessant, auch die ganzen unterschiedlichen Herkunftsländer. Und ja. Wo wollen Sie später mal hin? Haben Sie denn ein Ziel oder lassen Sie sich treiben? Das kann man mir bei Ihnen nicht vorstellen. Ich glaube, da es so viele Bereiche gibt, glaube ich, will ich noch ein paar Bereiche reinschnuppern. Aber Freizeit finde ich schon sehr interessant. Und genau, ich werde dann einfach nach dem Studium ganz spontan schauen, wo es mir gefällt. Seien Sie traurig, dass es vorbei ist? Ja, schon. Das ist auch komisch, weil ich erst angefangen habe und jetzt ist schon gleich wieder Abschied. Und ich hatte auch eine richtig gute Bindung zu den Jugendlichen und Kindern. Und das ist schon traurig, weil die jetzt alle wegziehen und wir auch irgendwie Abschied feiern müssen. Pantarei, alles ist im Fluss. Gut der Satz. Ja, das ist nicht von mir. Also, dann haben wir heute so ein kleiner Ausflug zum Lock Arrival in die Bayernkaserne, dass er so halt seine Türen schließt. Und ich habe natürlich auch noch mit dem Bezirksausschussvorsitzenden darüber unterhalten, weil wir natürlich für solche Angebote, die aufhören, Jugendliche gibt es ja weiter. Es ist ja nicht so, dass dann irgendwelche Leute sich plötzlich nicht mehr vermehren und Kinder geschehen. Nein, dass man halt dann auch eine Fortführung findet. Und das ist natürlich auch gut, wenn die in so einem Stadtbezirk liegt, wo die alte Einrichtung war. Das ist eine Sendung, die werden Sie demnächst hier bei mir zu sehen bekommen, damit freuen, dass alle dabei sind. Also, mein Blick hier auf diese eifrigen Damen, die unerschrocken, selbstlos und großherzig heute den Abschied vorbereiten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang wurde Ihnen präsentiert von M-Plakat. Der Wirtschaftstreff Bayern wird in der nächsten Mal.